Liebe Anja, herzlich willkommen hier bei uns im Mercure Hotel Moor Berlin. Schön, dass du da bist. Stell dich doch unseren Gästen kurz einmal bitte vor. Hallo Geri, ich heiße Anja Borisova. Ich bin die Inhaberin eines Schönheitssalons in der Nähe von Leniner Platz. Wundervoll. Kannst du unseren Gästen bitte deine Top 5 in Berlin empfehlen? Ja, Mio. Das Mio zum Essen? Ja, zum Essen Mio, Bar Liberate, sehr gern. Ein Cocktail im Liberate. Ja, sehr. Party im Pearl. Genau, also Wellness im Bali. Wellness tust du im Bali nach der Arbeit und last but not least nämlich das Shoppen. Oh, Shoppen, also am liebsten Moskau und sonst Lafayette. Lafayette in Berlin. Okay, und so kleine Geheimtipps. Kleine Geheimtipps, also in der Nähe von Wittenberg Platz. Okay, du gibst die Geheimnis nicht preis. Danke, liebe Anja. Schön, dass du da warst. Dankeschön, Geri. Danke sehr gern. Ich freue mich auch.